Silent night, holy night, all is calm, all is bad Hallo meine Lieben, herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zum Türchen Nummer 8 meiner Adventskalender und ja, wie gesagt, macht auch schön alle mit bei dem Gewinnspiel es gibt tolle Sachen zu verlosen, also okay, dann fangen wir an mit dem ersten wir haben jetzt ja sieben Adventskalender gleich auszubacken und ja, und heute ist der Achte und der ist gleich da oben von M.A. Sam na, das ist der M.A. Sam, ja die Achte lacht, schauen wir mal, ne, ob die so lacht heute oh, schwer, hm, ja, it's the most beautiful time of the year, ja oh, Nadellack, ja und zwar ist das ein Topcoat Endless Shine Topcoat, oh sehr schön, hm, Topcoat, ja, ich hab den immer gern gesehen Base und Topcoat und na, der hat ja, was steht da noch drauf, na, steht nix drauf it's the most beautiful time of the year und mehr steht da halt nicht drauf, so die Nummer 8 war das, ja, war gut, schauen wir mal bei, ähm, bei, da ist die 8 von Maybelline, ne so, mal schauen wir, ob sie da auch lacht auch schwer, hm, das gibt's doch nicht, da sind zwei Nadellack drin, eh äh, ich glaub schon ja, doch, aber das ist eine sehr schöne Farbe das ist von Maybelline Fast Gel Nadellack ist mal kein Rot, sondern so ein wunderschönes Mut, Rosé Rosenholz, keine Ahnung, aber eine sehr, 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 sehr schöne Farbe gefällt mir ja das war die Nummer 8, okay, die war halt nagelaglastig ja so dann schauen wir mal dann stehen wir auf und ach, hab wieder was vergessen, genau da sind ja wieder Gläppchen Adventskalender so sind ja wieder Gläppchen Adventskalender, hab ich den Messerkrieg vergessen gehabt das hab ich mir schnell geholt so, die Nummer 8 vom Art Deco okay, da ist ein Stift drin und zwar ist das steht da drauf invisible lip contour für, okay okay, das ist so ein, ja, so ein durchsichtiger dass der nicht ausläuft so, okay ja kann man machen warum nicht, ne warum nicht, ne ja okay, das war jetzt Nummer 3 so dann kommt Douglas die Nummer 8 Schauen wir mal was da verborden ist 13, 21 9, 6 war schon 6 war schon ja ist da die Nummer ja da ist die Nummer 8 und das ist auch was für die Nägel aber ne na 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 was ist das ja da brauche ich aber das okay was ist das das ist Douglas Essentials Lip Face B-Face ach so nix für die Nägel Essentials Makeup Makeup removing ah ach das ist so so eine zwei Phasen Makeup Inferner okay gut na gut warum nicht ja das war in der Nummer 8 ist immer gut mit Abentferner so dann schauen wir mal bei Glossybox nach gucken wir mal da und ist die Nummer 8 seht ihr das ja ach und was ist da drin okay ein Tübchen von Elemis genau Prokollagen Energizing Marine Cleanser ah ja ein Cleanser Anti-Aging von Elemis ja ist immer sehr sehr gut ja doch gefällt mir dann mache ich von Renate mit der Renate haben wir ja auch einen Adventskalender gemacht vom Kanal Renate Beauty Welt und der kommt jetzt dran und da wird nichts davon verlost also verlosen tue ich nur die anderen und dann zum Schluss kommt der Barbara Adventskalender so ist auch eine Glossybox aber vom letzten Jahr und das ist von GOSH oh Softentinted Lip Balm oh sehr schön das ist eine sehr schöne Farbe so ein Lip Tinted Lip Balm von GOSH habe ich auch noch nichts das kommt daher so und jetzt kommt der siebte und letzte Kalender so Aja dankeschön Bernate für den gebeisam der sehr sehr hübsch die Farbe. Von Gott schaue ich da noch eine 8 Milliliter, ja. Das ist eine Dingsfarbe, ja. So, jetzt suchen wir da die Nummer 8, hier sind die Nummer 8 von Barbara Adventskalender, die ich ja im Nachhinein gekauft habe. Und ja, die 8, schauen wir mal, so. Ja, da steht auch nichts, ein Typchen von Avant, Avant, Rose Quartz, Hyaluronics, Vidalmond, Avocado, Rose Quartz, Revitalizing, Firmingmask, Ohja, von Avant, ist auch immer sehr sehr hochpreisig, na, ja. Ohja, seine Maske, sehr schön, sehr hochpreisige, 50 Milliliter, wow. Mal schauen, was geht da, Ablayatin, Layato, Clean, Dryskin, Lotto, hab so. Ah. Ach, das ist ja ein Reinigungs-Dings von, ah, sehr schön, prima. Wunderbar. So, ja, und heute ist ja auch der Pinkbox, ähm, nicht Adventskalender, sondern die reguläre Pinkbox, die Dezemberbox gekommen und die packe ich jetzt dann im Nachhinein aus, ne, mit euch zusammen. Und ja, dann sehen uns gleich wieder, ne, meine Lieben. Tschüss.